Herbert Bond in die krasse Zeitreise ab Dönerstag im Kino. In seinem Labor arbeitet der fiese Professor Haumich an seiner Zeitmaschine. Ha, mit meiner Maschine werde ich die Welt beherrschen und die Welt zerstören. Aber Geheimagent Herbert Bond ist ihm schon auf den Fersen. Ah, Hilfe, ich rutsche ab! Ah! Ha, so sehen wir uns wieder, Mr. Bond. Aber diesmal zum letzten Mal. Auf Wiedersehen! Und jetzt aktiviert Professor Haumich seine Zeitmaschine. Wo bin ich denn hier gelandet, eine andere Zeit? Ah, ich muss hier weg! Ha! Ein Hexer, Fesseltin! Ich, Häuptling Hungo Bonga, hab entschieden. Du bist ein Hexer, wir werden dich grillen und aufessen. Wie er aus dem Nichts erscheint, Agentin Clara Soft. Hey Herbert, gib mir deine Hand, ich beame uns zurück in unsere Zeit. Hey Kannibalen, kommt n' her, ich mach euch fertig. Ha, ja! Ha, dem hab ich schon mal gezeigt. Au! Albert Dau, es könnte nicht aufpassen. Mann! Ha, ich hab sie erwischt. Oh, Herbert, du Angeber! Komm, wir gehen eine Pizza essen. Untertitelung des ZDF, 2020